nicht mal wenn meine übertragung läuft wird es mir anständig angezeigt nein ernst so dann wollen wir mal weitermachen guten tag an die damen auf youtube auf twitch geht es hier mehrwege nahtlos weiter so gut also jetzt kommt irgendwo der punkt ab dem sich der weg aufteilt warum taucht das immer noch auf der typisch auf jeden fall weg das wirkt seltsam so wir haben entweder hier Route 5 oder eventuell den Weg durch den Berg Richtung Central so so So, schauen wir mal hier rein. Und erstmal ein Kampf. Ach, du bist doch da. Okay, offensichtlich doch noch nicht der Punkt, ab dem es sich aufteilt. Ich dachte jetzt schon, ja, geh irgendwo hin, oder? Geh einfach zur Hauptstadt. Tja, und ich vermute mal, das ist der Punkt, ab dem ihr wollt, dass ich auf die Karte schaue. So, wir sind jetzt hier, der Weg teilt sich eh erst hier hinten auf. Minari, Yama, Mine, Kraftwerk. Ach so, ich kann entweder hier hinten rüber Richtung Wüste oder hier Richtung Tempel. Na dann, ich hoffe, dass das jetzt keinen Einfluss darauf hat, wie die, ja, wobei, machen wir einfach mal, ich gehe hier lang, Richtung Eis und Tempel. Ja, ich muss also jetzt erstmal zur Entdeckung neuer Pokémon, Route 5, die, der Kreuzweg zwischen Arm und Reich, äh, klingt furchtbar. Dich kennen wir schon. Ich verstehe. Ich verstehe allerdings trotzdem noch nicht, warum dieses eine Hundemann in dieses Haus reinläuft. Ich dachte vorher, das wäre von den Polizisten und es gäbe da irgendeinen Hintergrund, aber jetzt läuft es immer noch da lang und es passiert einfach nichts. Ähm. Ähm. Natürlich wacht es direkt wieder auf. Ach so. Kannst du auch mal schlafen? Hm. Danke. Dann war das die Sache, die ich noch in der Stadt übersehen hatte. Ich weiß nicht, wenn das Pokémon da rein geht, gehe ich halt davon aus, dass im Haus was passiert und nicht außerhalb. Ah. Wie hat das jetzt auch verbraucht? Schön. Ach. Und alles nur, weil ich dieses Pokémon fangen will. Natürlich ist es wieder wach. Ah. Ich bin es bis zu drin geblieben. Es greift Spaziergänger in der Nacht an, um ihr Essen zu klauen, zu stiehlen. Es lebt in der Nähe schattiger, beruchter Plätze und liebt es, den ganzen Tag nur Ärger zu beraten. Ein Pokémon, das ich aus verschiedensten Gründen dann nicht ausstehen kann. Ja, nach links. Ich will einfach gar nicht erst wissen, wie viele Leute das gemacht haben. Wahrscheinlich die meisten. So, dann zeig mal, was passiert hier. Ja. 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 Oh so, das sollte einfach nur das bedeuten. Ich weiß vom Anime da ehrlich gesagt nichts mehr. Ich weiß noch, dass ein Hunduster in einem der Vorfilme von den Pokémon-Filmen gab, aber ich glaube das war der Vorfilm vor dem zweiten Pokémon-Film. Diese Pokémon-Siedlung mitten in der Großstadt. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Ne, da weiß ich nichts mehr. War ja dann wahrscheinlich aus den Joto-Folgen. Ähm, ach ja, Gift. Ja, dann hab ich jetzt hoffentlich Glück. Danke. Ich hab wieder vergessen Poké-Bälle zu kaufen. Es saugt alle die Nährstoffe aus dem Boden. Sobald es damit fertig ist, den Boden trocken zu saugen, wird es zu einem anderen Ort gehen und crouch. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bausz. Da 묶裝. Drei. Drei. Das war's. Du. Und das war's. Ah, mein Gott. Die Sau. Das war's. Du. Untertitelung. BR 2018 Ein Trussler, das dezent anders aussieht. Ausgehend davon wie... Ausgehend von dem, was ich von der Entwicklung des Spiels... ...das bekommen habe, möchte ich das haben. Ach, Somnia, stand doch da. Dann nochmal. Vielleicht dann eher mit dir. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich vielleicht schon mit allen Pokémon durch bin. Aber offensichtlich nicht. Sollte ich auch mal einfach versuchen, die Pokémon zu erledigen. Denn aktuell habe ich ja keine Ahnung, was für... Ja. Versuchen, die Pokémon zu erledigen. Hat ja gut geklappt. Und noch eins. Erstaunlicherweise ohne... Eine offenbare Typenänderung. Da hat man ja direkt Spaß. Und ich habe es wieder vergessen. Danke. Ich überlasse dir die Benahmung, Pokespot. Tamir Plex sind Friedsbewahrer der Routen und Wälder. Viele Leute geben ihnen Gaben als die perfekten Wächter der Wildnis, ohne Satzzeichen. Ich habe die Abwechung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, dass du es tatsächlich getan hast. So, dann suchen wir mal weiter. Ich denke, mit Rassler haben wir dann wirklich alles gesehen, was hier jetzt in der näheren Umgebung ist. Wenn wir es dann mal wieder treffen. Vielleicht ist es genau das seltenste. Das macht nichts. Eventuell lohnt sich's gerade deswegen. Dann stellt sich nur die Frage, wen wir dafür austauschen sollen. Mal wieder. Ich meine, weil Einsamkeit schon voll entwickelt ist, könnte man ja das ersetzen. Ja. 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 Das war's. Ich habe einen Damiplex gefangen und suche jetzt einen Trassler. Beim Damiplex hätte ich gewollt, dass du es benennst, aber dann habe ich gemerkt, dass du wahrscheinlich gerade nicht da bist, dann habe ich es selbst übernommen. Das war's. Das war's. So, da ist wieder eins. Ein echt hohes Level. Ah, Überbrückung. Somnia wäre ein Ziel gewesen, aber wird hoffentlich auch so gehen. Ich glaube, Hochmut habe ich schon. Ich habe es jetzt Tücke genannt. Ich habe wieder keine Pokéwelle gekauft. Ich kann kotzen. Ja. Sehr gut. Danke. Trassler nutzt den Tag, um über seine Kräfte nachzudenken. Das heißt, dass männliche und weibliche sich in verschiedene Stärke Nutzer entwickeln werden. Stimmt, ja, da brauchen wir ja auch noch zwei davon. Oh. 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 Not ein. much. Naat'en. So, was kannst du? Teleportieren kannst du dich. Na, zum Glück hast du es im Kampf nicht getan. Ach, nee, es kopiert es. Nicht überbrücken. Was ist denn Typ? So ein Psycho-Pokémon, wird es aber nicht bleiben. Okay. Dann schauen wir erstmal weiter. Mit der Hoffnung, dass wir nichts verpassen. Route 5 hat einen starken Einfluss auf Yami City. Der Markt am Ende von Route 5 ist der Hauptgrund, warum uns keiner besucht. Ist ja eine tolle Gegend. Im Pokémon Center verhält man sich daneben. Apropos, ich lauf nochmal zurück. Im Pokémon Center verhält man sich daneben. Und der Markt, eine Straße, eine Route weiter, ist auch nicht zu gebrauchen, offensichtlich. So. 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 Das Problem ist natürlich, wenn jetzt für jede Menge an Gras... Jetzt für jede Menge an Gras, die da ist, eine andere Menge an Pokémon bestimmt werden kann. Dann kann es natürlich auch trotzdem sein, dass hier schon wieder andere Pokémon auftauchen. Aber das konnte man in Originalspielen auch nie wissen. So. Du bist ein Wanderer. Das heißt, das ist eher eine schlechte Idee. Du hast noch keine Wasserattacke. Na dann. Hallo. Ja, ich bin so wütend. Echt? Der furiose Franz. Nein, meine Wut wird noch schlimmer. Das klingt nach einem Problem. Meine Wut wird mich niemals verlassen. Es ist wie ein Fluch. Dieser Mann sollte dringend therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. An so etwas kann man sterben. Was? Gut. Das ergibt vielleicht in dem Spielkontext Sinn, aber... In einem realistischen Szenario ist es absolut nicht gut, wenn Wut völlig unkontrolliert einfach weiter ansteigt. Das heißt, früher oder später wird er einfach zusammensacken. Wenn er das nicht kontrollieren kann, sollte er lernen, das zu kontrollieren. Hier wäre es vielleicht gut, wenn man mit rechts und links größere Seiten überspringen könnte. Bei mir geht es gerade nicht, ich drücke nach rechts und links. Okay. Ja, ist ja gut, dass ihr beide einfach nur sagt, kann man, aber wenn ihr nicht sagt wie. Wenn man mir was schicken muss, um mir was zu erklären, ist es doch schon zu kompliziert. Okay. 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 Das war's für heute. Kann es sein, dass man hier keine Pokémon antreffen kann? Das hat erstaunlich lange gedauert. Ich brauche schneller das Pokémon vorne. S und A. Okay. Na gut, es war ja alles mal für Tastatur ausgelegt, von daher habe ich keine Beschwerde geltend zu machen. Erst ewig lang kein einziges Pokémon. Und jetzt noch das. Okay. 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 Und plötzlich taucht noch eins auf. Auf der anderen Seite ist das nicht schlecht, denn es ist männlich. Natürlich. Pokémon mit Teleportfähigkeit zum Kotzen. Wie können Sie sich das eine fangen lassen? Okay. 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 Das war's. Ich hab das Gefühl, die ganze Geschichte, die ich hier oben rein entlanglaufe, ist einfach nur ein Umweg um die Trainer herum. Wirklich? Hier ist am Ende nichts? Also klar, man hat die Trainer umgegangen, aber trotzdem. Und jetzt hab ich mich in eine saublöde Situation gebracht. Na ja, dann machen wir mal... Feuer, Feuer, Feuer! Von einem Psycho-Trainer? Was kommt denn jetzt? Psycho-Feuer? Das ist jetzt nicht so gut. Das auch nicht. Das ist alles schlecht. Ah, nice. Ich hab's gelesen, aber ich hab irgendwie nicht groß auf die Traf geachtet. Nochmal eins. Was auch sonst? Na ja, kann ich mich jetzt nicht mehr auf das Typenmuster der Trainer verlassen. Hau. Weg mit dir. Ja. 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 Jetzt muss ich nur noch, warte, ich habe verloren. Das sollte nicht möglich sein, eine nette Straße, ich sollte mal Tränke nutzen. Magst du diese Blumen? Natürlich. Aber immerhin nicht wieder ein Mundlicht-Pokémon. Ist ja schonmal was. Aber jetzt schon Level 18. Ne, jetzt schon. Bei der Typ der Arenen, äh, maximal Level der Arenaleiterin plus 1, also bitte. Sie riechen so gut. Da hat sich jemand nicht wirklich auf den Kampf konzentriert. Aber musste er auch nicht. Er hat mir auch so Schaden zugefügt. Glaubst du an psychische Kräfte? Ein Normaltyp Pokémon bei einem Psycho? Hä? Natürlich haue ich daneben. Natürlich haue ich nochmal daneben. Ähm. Ja, gut. War schön mit dir, Furcht. Äh, äh, äh. Nicht beschweren, weitermachen. Natürlich wach ich sofort auf. Was auch sonst. Darum hatte ich mich auch gefreut. Na dann Missgunst. Oh Gott. Mein Ende läuft es darauf hinaus, dass ich mich wie damals in der dritten Generation fühle. Da hatte ich auch das Gefühl, dass Stolunia einfach das einzige Pokémon ist, das ich einsetzen kann, weil es nicht schief angeschaut wird und umkippt. Ne, gut. Und der Starter. War soweit in Ordnung. Ich habe den Wasserstarter. Ich würde gerne stärker werden. Oh Gott, noch einer. Ich weiß nicht, was du meinst. So, weil es passt, dass du jetzt wieder einen Hund hast da. Wäre jetzt selber Text wie die andere. Na gut, dich kann ich zumindest damit angreifen. Back mit dir. Warum haben die beiden Charaktere hier exakt dieselben Sätze. So, das wird jetzt unangenehm. Uh-huh. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht sollte ich mal lieber Tränke kaufen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Route geht. Bis zum nächsten Mal. Ich vergiss jedes Mal wieder, dass ich auf Start drücken muss. Bis zum nächsten Mal. Dieser Brocken da oben sieht seltsam aus. Aber damit ist nichts. Na gut. Okay. 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 Was ist mit mir passiert? Weiß ich nicht. Äh. Hacker. Ja. Das könnte unangenehm werden. Ja, ja, gut. Erstes Pokémon weg. Mhm, darf ich auch sofort aufwachen? Nee. Danke. Weg damit. Joa, wahrscheinlich selbes Thema wie vorher. Das Pokémon kann sich entweder bis dahin noch nicht entwickeln oder kann diese Attacke zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Ach, du hast nicht mal einen Gegenstand bewacht. Okay. Okay. Dieser Ortsidas könnte man darüber klettern. Riss. Okay. Erkenne ich nicht, aber dann ist es so. Da drüben ist ein Gegenstand, aber ich kann das mir nicht holen. Vielleicht brauche ich etwas, um über diese Wand rüber zu kommen. Okay, sieht für mich aus wie eine Walze. Jetzt wird es wieder unangenehm. Mein Blut kocht. Warum sind denn alle so unruhig? Immer schön weiter mit der Kralle. Scheint ja gut zu laufen. Du hast mich ausgetrickst. Ich müsste nur darüber greifen und hätte es. Aber ja, klassische Pokémon-Logik. Da kommt man wohl. Okay. Ich sehe keine Möglichkeit, da runter zu kommen. Offensichtlich ist das dann nur Dekoration. Ja, und hier wird einem der Weg abgeschlossen. Sollen das dann alles World of Warcraft-Referenzen sein? Ähm... Okay, ja. Jetzt habe ich ein großes Problem. Genius-Wing. Okay. Ähm... Okay. 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 So, gut, den Gegenstand haben wir. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe. Ich bin auf jeden Fall jetzt komplett schutzlos. Jetzt sollte ich keine Trainerkämpfe mehr machen, wenn ich sie verhindern kann. Ah, es gibt also noch Gegenstände auf auffälligen Formationen, das ist gut zu wissen. So, was war das hier? Äh, Gesteinsattacken haben wir nicht. Oben liegt kein Gegenstand. Okay, also wenn da nicht... Wird da vorher schon eine... Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich einen übersehen habe. Äh, nein. So, darf ich erst den Weg gehen? Ähm... Okay. Kann ich hier vorbei? Ja, kann nicht. Gibt es hier irgendwas besonderes? Ne. Lass mich alle in Ruhe. Nach aktuellem Stand habe ich hier schon alles, was ich brauche. Ohne Möglichkeit, mich zu heilen, habe ich keine Lust zu kämpfen. Die kann ich nicht umgehen, ne? Was da oben wirkt... Ich hoffe, du bist nicht allzu stark. Lass uns einen gerechten Kampf haben. Ausfechten vielleicht. Crush Girl? Der ist in dem Fall nicht eher Crush-Sharer. Oh. Jetzt wäre jetzt nochmal ein Fall, die Trainerklasse so zu nennen. Dann wäre es doch eher Fighter oder irgend sowas. Vielleicht Marshalist, wenn es den Begriff gibt für Martial-Arts-Kämpfer. Ja. Wenn ich gleich nochmal eins... Hat... Wird schwierig. Tyrogue. Vielleicht kannst du was reißen. Vielleicht kannst du was reißen. Das ist schon mal schlecht. Oh Gott. Okay. Macht nicht viel Schaden. Puh. Und weg mit dir. Sehr gut. Ich danke dir. Ich werde alles geben, um stärker zu werden. Tu das. Tu das, wie es dir beliebt. So. Erst der Angriff dann halbiert. Das weiß ich schon, aber das heißt ja nicht zwingend, dass der Gegner dann gar keinen Schaden macht. Jetzt weiß ich auch hier wieder nicht, ob ein Gegenstand da war. Ne. Nur ein Stein. Der mich in den Kampf zwingt. Wo sollen wir das denn alles Informationen, die ich nicht habe und die mir so auch nichts sagen? Ich habe keine Ahnung, wie die konkreten Werte des Pokémon sind. Selbst ein Baby-Pokémon kann meine Pokémon zu Klump hauen, wenn es blöd läuft. Du siehst aus, als würdest du meine Pokémon heilen. Das war so klar. Zeig mir deine Kraft, dann kann ich... Zeig mir deine Kraft, dann weiß ich, dass ich dich heilen kann. Das ergibt so keinen Sinn, aber gut. Oh Gott. Natürlich Metronom. Was denn auch sonst? Ah, ja stimmt. Flash macht ja hier Schaden. So. Boah. Ich mach dich schön Stück für Stück kaputt. Na ja, was Metronom also macht, ne? Und tschüss. Hallo Heilstation. Pfff. Uff. Nachtschatten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist ne Attacke, die vom Typ her mehr Schaden macht. Nee, es ist zu schwach. Es ist mir zu schwach. Andererseits. Nee. 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 Du bist sicherlich ein starker Trainer. Sie hat komplett vergessen, dass sie mich getroffen hat. Oh, hallo. Lass mich deine Pokémon heilen. Du musst deinen schweren Weg bisher gehabt haben. Ach, da gibt's keinen Typenbonus. Wieso gibt's da keinen Typenbonus? Ich dachte, das wäre der Schaden, also der Grundschaden wird vom Level berechnet. Und? Ach so. Ja, ich dachte, der Schaden wird danach berechnet, aber dann kommt noch die Typenverstärkung drauf. Dann hab ich die Attacke nie richtig verstanden. So, Moment. Neuer Abschnitt. Vielleicht neue Pokémon? Ich weiß es nicht. Ja, dass Drachen-Dodema 40 macht, weiß ich, aber ich wusste nicht, dass das für Nachtschatten wirkt, äh, gilt. Aber dann kann Nachtschatten ja tatsächlich relativ mächtig sein, wenn es unbeeinflusst auf einem hohen Level den festen Schaden macht. Na gut, sieht wohl doch nicht so aus, als... Gibt's hier schon neue Pokémon? Aber hier taucht Trassler plötzlich häufiger. Was soll das denn? Naja, schauen wir mal weiter. Ich werde mal trotzdem mal den Pokémon ignorieren. auch wenn es sich hier gegen Myrapla theoretisch lohnen würde, vielleicht Trassler ein bisschen zu trainieren. Weil die Wahrscheinlichkeit höher ist. Oh Gott, ne, lass mich in Ruhe. Bleib mir bloß weg. Ich höre, ich hatte jetzt keinen Bock, äh, Myrapla mehr Bock aufzutauchen. Ahhhh. Danke. Ja, Level 12 war. Ja, wahrscheinlich, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist. Das waren ja fast Erfahrungspunkte. Aber gut, lohnt sich offensichtlich nicht. Was ist denn an der erhöhten Wahrscheinlichkeit nicht logisch? Es sei denn, du beziehst dich auf den Pokédex-Eintrag. Okay, auf die Erklärung bin ich nicht gekommen. Unsere Fähigkeiten sind endlos. Unendlich. Ja, weiß dasselbe. Ach, doch ein Doppelkampf. Ich habe mich gerade gefragt, ob das ein Doppelkampf würde oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was noch an Pokémon kommen wird. Und ich meine, Pine ist der Starter. Natürlich würde ich gerne sehen, wie sich dieser Starter entwickelt. Wenn es eine abgewandelte Version von meinem Lieblings-Pokémon ist, bei dem vielleicht die Entwicklungen mehr mit dem zu tun haben, was die ursprüngliche Gestalt ist. Ich hoffs. Ok. Wir müssen noch viel stärker werden. Alles nur für einen super Ball. Ich denke wir müssen an unserer Aufstellung arbeiten. Dann denkt ihr das. Ah. Ja. Wieder so ein Abschnitt mit, oh, okay, hat sich immer gelohnt. Sieht so aus, als hätten wir wieder so eine kleine Umgehung der Kämpfe. Boden. Boden haben wir auch nicht, glaube ich. So, nervt mich nicht. Hm, ich merke schon. Ahem. 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 Na ja, Trainer oder wilde Pokémon und ein Gegenstand, das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Das ist gut, eine Taschenlappe dabei zu haben. Zu der Tageszeit noch nicht, aber später dann ja. Das ist gut. Also, der andere hat verfeuert. Wir sind langsamer, das ist schon mal schlecht. Ne, ich kenn die ganzen Barlow-Texte nicht mehr. Ich hab die Videos ein oder zweimal angeschaut. Ich fand sie amüsant, aber ich erinnere mich an nichts mehr davon. Oh nein, ich hab meine Batterien vergessen. Ah, Pokospotch. Kommentare dieser Art nerven mich. Oh. Tjo, wir gibt Attacken, wäre das gut. Aber haben wir noch nicht. Irgendwann wahrscheinlich. Na komm, du würdest doch sonst selber fliehen. Da liegt ein Gegenstand, hier zufälligerweise auch. Zeitverschwendung. Ich hab da drüben meine Höhle. Ich frag mich, was da drinnen ist. Ich hab ein Gefühl, ich hab das Gefühl, dass da nichts Spezielles ist. Keine Ahnung, aktuell kann ich das nicht sagen. Was ich sagen werde, wird noch Zeit vergehen. Ja, danke. Ich will Leber. Ja, okay. Eine unnütze Sackgasse. Eine unnütze Sackgasse. bei der Lundfunkffindung ist es. Aus diesem Setz. Aus diesem Setz. Ich aus dem Setz. Naja Level 15 hätte ich vielleicht doch mitnehmen sollen. Ich hab keine Ahnung wo die WG sich jetzt wieder vereint haben. Oh, offensichtlich hab ich wieder was verpasst. Dann wieder zurück. Oh, war ja wahnsinnig effektiv. Langsam wirds mal Zeit für Pines erste Entwicklung. So als Starter Pokémon. Ach Paralyse. Warum sollte ich die noch unbedingt mitnehmen? Ach ja, weil ich dachte ich besiege die schnell mit nem Feuer Pokémon. Konnte ich denn so dumm sein? Nett. Eigentlich müsste ich wissen, dass diese blauen Bälle einfach immer nur Superbälle sind, aber ich bin trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue enttäuscht. Ich bin jetzt schon wieder aufs Neue enttäuscht. Ja, aber sie sehen im Gegensatz zu anderen Gegenständen besonders aus, aber es sind halt trotzdem nur Superbälle. Bei einem roten Gegenstand kann es alles möglich sein, bei dem blauen halt immer nur ein Superball. Ich liebe Laser-Attack. War das Walze? Bitte nicht. Walze, kann mich gestohlen bleiben? Gut, gut. Na dann. Scheu, du hast zur Abwechslung was zu tun, weil deine Heiß-Attacke tatsächlich mal nützlich wird. Du hast mich direkt ins Herz getroffen. Das tut mir leid. Ich hoffe, der Schmerz wird nicht allzu lange anhalten. Jo, kennt man. Ein Käfersammler. Jo, wenn man... Ach, Moment. Gegen Paralyse haben wir doch was. Warum nicht die Gegenstände einfach mal nutzen, wenn man sie eh schon dabei hat? Ich würde sie sonst eh nie nutzen. Ich würde sie sonst eh nie nutzen. Ich kann sowas irgendwie immer nicht denken. Ich bin der einzige Käfersammler auf dieser Route. Die Aussage finde ich schwierig, denn du überblickst nicht die komplette Route permanent. So, dann würde ich erstmal schwächer. Natürlich kritisch, was denn auch sonst? Der Gegner schmeißt gerade nur so mit Attacken um sich. Respektor. Nein. Ah. Bis jetzt wusste ich ja nicht, dass es eine Entwicklung für männliche Wadribi gibt. Bzw. Wahrscheinlich ist es irgendwann in der Vergangenheit in einem Gespräch mal gesagt worden, aber ich wusste es gerade nicht mehr. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Verzweifler? Okay. Da hat jemand nicht viele Attacken. Das war einiges. Bedeutet das, dass ich auch der Stärkste bin? Solange keine anderen da sind. Ja, apropos. Ähm. Oh Gott. Es ist ja immer noch ein Zwicklerob. Ich dachte, es geht in eine andere Richtung. Warum ausgerechnet Level 21? Wow. Ernsthaft? Ich habe jetzt eine Attacke verpasst. Das heißt, es ist effektiv mein Starter schlechter geworden. Ich liebe den Markt auf dieser Route. Oh, du wirst kämpfen. Und wie ist es denn möglich, dass die Attacke jetzt nicht geleert wird, nur weil es drüber gelevelt hat. Das ist doch beschissen. Kannst du es bitte in Stücke reißen, Missgunst? Ach. Reicht auch mit dem Pech. Danke. Natürlich nur kritischer, was auch sonst? Sollst du es dir ansehen? Ich schau mir meine Misere an. Und dass ich mich hier höchstwahrscheinlich nirgendwo heilen kann. Ich habe Angst, da stehen ein Haufen Leute rum, wollen vielleicht alle kämpfen. Ja, dann laufe ich wohl zur Krankenschwester zurück. Das ist zwar ein ganz schönes Stück, aber ich brauche irgendwo meine AP wieder. Ja. 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 Und demnach sind weitere Fehler gefunden worden. Ich würde fragen, was für einer, aber ich vermute mal, das würde mir irgendwas vorwegnehmen. Ein grafischer Fehler, okay. Was hast du denn Level bei? Ah ja. Da waren wir neulich noch bei Lieblingsspellen. Ach so, es war Sodom gemeint. Und die Läden hier sind so beliebt, dass keiner in die Stadt geht. Lachsroch. Mhm. Mhm. Schön, dass beide verkauft werden. Mhm. Ja, okay. Ja, zumindest die, mit der man mehr Geld bekommt, wird sich später rentieren. Wenn ich ganz ehrlich bin, werde ich jetzt erstmal Richtung Stadt gehen. Mal schauen, wie weit sind wir denn noch weg. Äh, da sind wir erst. Oh Gott. Dann sind wir noch ne ganze Weile, ein ganzes Stück weg. Ich würde nur gerne wissen, ob ich hier irgendwo in der Nähe ... Äh, okay, offensichtlich waren wir da nicht. Ja, die Markierung auf der Karte war woanders. Deswegen dachte ich, ah, das sind Gräser. Okay. Na gut, dann können wir uns hier in Ruhe um die Trainer kümmern. So. Wir nehmen mal die beiden und hoffen, sie können irgendwas reißen. Wir werden funkeln wie die Sterne in der Nacht. Ich verstehe. Schitternde Pokémon. Und natürlich wieder Unlicht. Könnt kotzen. Ah, deswegen machen wir dich erstmal ... Oh Gott. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wird gut. Wir wollen dich offensichtlich ganz schnell weg haben, denn du machst nur auf den Schaden. den Schaden. Ach du Scheiße. Natürlich trifft's nichts. Tschüss, Furcht. Nee, das Giftgrün stört mich nicht. Ich stört, dass die beiden mir durchaus Probleme bereiten werden. Das ist jetzt keine Unlichtattacke. Es muss nicht heißen, dass es keine hat. Ach du Scheiße. Natürlich nicht. So. Natürlich nicht. Ja. Hau nötig weg. Aber ihr seid viel stärker als unser Glamour. So. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ihr habt immerhin eins meiner Pokémon zerstückelt. als Name anderen. Wir sehen uns hier dann schon in dieser Stadt, deren Namen höchstwahrscheinlich was mit der Häusernordnung zu tun hat. Ähm. Geh die Menge freierumlaufende Pokémon. Ja. 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 Okay. Okay. Das Pokémon Center hat offensichtlich sehr viel Zulauf und die hier sind wenigstens ehrlich. Hier sind viele Bücher über das Heilen von Pokémon, aber die meisten von ihnen sind mit Staub bedeckt. Oh. Dasselbe was in dem anderen. Na gut. Gut. Dann wieder zurück. Schau mal. Erst wo man lang muss, ist es auch nicht so weit da durch. So. Hallo. Es macht Spaß herum zu gehen und versteckte Orte in der Baranta Region zu finden. Ich habe gerade herausgefunden, dass einige wilde Orte hinter Hindernissen gefunden werden können. Which can not anyone. Über die nicht jeder drüber kommt. Which not anyone can cross. War es so gemeint? Also entweder habe ich deine Wissenslücken zum Thema Grammatik oder das war ein grammatikalischer Fehler. Der Geruch der Räucheraromen und der Blumen sind eine gute Kombination. Ich würde mir das im Kopf behalten. Oh. Die ehemalige Arenaleiterin aus der aller allerersten Version. Ich meine, die macht sehr effektiven Schaden. Fast gar nichts. Äh. So, nutzlos. Los. Los, los, los. Wir müssen noch mehr schöne Gerüche finden. Wie hieß das denn damals? Ich bin ein Mann meiner Worte. Dann sagt er es mal. Ach, Everstorm hieß es. Okay. Zorro? Natürlich. Da habe ich mein Pokémon mit einer Eisattacke vorne und kämpfe erstmal gegen ein Eis-Pokémon. Nicht mit mir. Senkt doch nicht meine Genauigkeit. Das war so ein herausragender Kampf. Ich danke dir vielmals. Danke dir vielmals nochmal. Bist du bereit für die guten Gerüche in dieser Welt zu kämpfen? Ihr Enthusiasmus ist eine ehrenwerte Frau, aber ich fürchte, ich habe andere Prioritäten. Und der Vergleich von Megaman und Mighty Number Nine sollte mich schockieren, aber ich habe Mighty Number Nine immer noch nicht gespielt. Von daher kann ich nichts dazu sagen, wie schlimm es ist. Inzwischen habe ich verschiedene Haltungen dazu gehört. Die einen sagen, es ist eine Beleidigung. Andere sagen, so schlimm ist es gar nicht. So. Eigentlich müsste ich Scheu kämpfen lassen. Scheu ist weit abgeschlagen. Oh. Und mir fällt ein. Ich habe potenziell Pokémon liegen gelassen. Hallo. Igelsamen. Rückkehr. Steinwurf. Luck. Luck. Ah. Das könnte für Furcht interessant sein. Ja dann. Ja dann. Stärkere Version für Peck. Oder? Ja. Perfekt. Ah stimmt, die sind ja häufiger nutzbar. Eine sehr gute Eigenschaft. Eine sehr gute Eigenschaft. So. Was ich jetzt aber machen werde, ist zum Wasser zurückgehen. Ich habe vergessen zu angeln. Ich habe vergessen zu angeln. dass die Attacken später kommen. Okay. Okay. So. Interessant, dass man darüber offensichtlich Pokémon Attacken nutzen kann. Im Endeffekt ja. Auch wenn es ja eigentlich nicht so wirklich passieren können sollte. Das war halt jetzt dieses eine Pokémon, das so viele Erfahrungspunkte gegeben hat. Dass es direkt zwei Stufenanstiege waren. Und. Aber wo ich gerade so drüber nachdenke. Bist du sicher, dass das in alten Spielen auch passieren konnte? Ist dann nicht pro Stufenanstieg erst gefragt worden, ob man die Attacke lernen möchte? In allen? Kann man dann nicht eine Abfrage machen, jedes Mal, wenn ein Stufenanstieg passiert? Also bevor noch einer passieren kann. Bezüglich der Attacken. Ach so. Ach. Weil die Entwicklung nicht vorher passieren kann. Oh. Meine Scheiße. Vielleicht sollte man, vielleicht hätte man es dann da drüber lesen, äh lösen können, dass es wirklich das an der Stelle lernt. Und dann kommt die Entwicklung. Ja. Aber wenn du die Entwicklung abbrichst, es weiter leveln lässt und es dann entwickeln lässt, dann hast du ja trotzdem die Attacke übersprungen. Ja. 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 Wenn es mit 2 Club zu tun hat, vermute ich mal, dass es irgendeine Abwandlung vom Schattenheap sein wird. Oder Schattenschlag. Weiß grad nicht mehr wie es hieß. Ja. 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 Ich würde fast behaupten, hier tauchen einfach keine Pokémon auf. Oder man braucht eine bessere Angel dafür. Oder Surfer. Ja. 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 NHL gibt da eine neue Arena nochmal überfallen. Das war jetzt die blödesten Stelle an denen ich durch das Gras laufen hätte können. die kommt tatsächlich ohne Kampf durch, wow. Ich habe vorher überlegt, ob ich irgendwas angreifen soll, aber letztendlich nö. Ich meine, du hast ja immer wieder einen Höhenwechsel im Endeffekt. Du bist mal wieder auf den Stein, dann bist du mal wieder drunter, dann bist du dann kommst du mal an dem See vorbei. Ne, die Route war so schön in Ordnung. Auch das mit der, dass damit, dass man potenziell die Träne umgehen kann, fand ich gut. Route 7, ach du Schande. Übrigens, das eine Schild hat mir von der Seite gesagt, aus der Richtung kann ich es nicht lesen. Das hier schon. Route 7, rauf und runter, den Berg rauf, hinauf und hinunter. Vorsicht, du könntest nicht dazu in der Lage sein, wieder hinauf zu klettern, sobald du runter gegangen bist. Okay, ich nehme die Warnung einfach mal ernst. Ich nehme die Warnung einfach mal ernst. Warum? Ach, ja, ja. Aber ich wollte jetzt sowieso Pause fürs Abendessen machen, von daher passt es dann schon ganz gut. Okay, dann soll es an dieser Stelle für den Moment gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich dann heute nochmal zum Zocken komme. Ich denke schon, je nachdem wie lange ich fürs Essen brauche. Aber, ja, sollte ich mich darum kümmern, daher bedanke ich mich für den Moment bei den Damen und Herren auf Twitch Live YouTube fürs Zusehen und wir sehen uns später oder generell das nächste Mal wieder. Ciao. Derweil einen schönen Abend. Derweil einen schönen Abend. Derweil einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF, 2020